So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, neuer Stream, genau, wenn ihr das Video seht, bin ich kurz danach, später auch schon wieder auf Twitch online und das ist kein Clickbait, wir machen jetzt ab sofort wieder Skinverlosung bzw. Skin-Gewinnspiel. Was ist dafür zu beachten? Ganz einfach, ihr seht unten rechts den Zuschauerrekord und ich sag jetzt, sobald wir diesen Zuschauerrekord beknackt haben, hau ich für euch einfach einen 800 V-Bug-Skin raus, der, der gerade im Shop ist, allerdings nur an alle Abonnenten. Bedeutet im Klartext, jeder der bei Twitch ein Abo dagelassen hat, hat die Chance zu gewinnen. Derzeit sind das 19 Leute, auch Coco, ihr seht es oben, also alle Subs bekommen halt die Chance, einen Skin zu gewinnen, allerdings müssen sie natürlich zu dem Zeitpunkt auch im Stream sein, wo ich das Ganze dann immer auslose. Ich denke mal, das ist einfach nur ein kleines Dankeschön an euch, wie gesagt, jedes Mal, wenn wir den Zuschauerrekord geknackt haben, bekommt ihr halt wieder mal einen Skin geschenkt. Ich hoffe, ihr seid damit soweit zufrieden, weil ich sag immer wieder ein bisschen was, will ich euch schon zurückgeben, weil euer Support of Twitch ist einfach der Hammer. Also, wenn du dabei sein willst, beim Livestream etc. pp, einfach unten in die Videobeschreibung gehen, da habe ich den Kanal verlinkt. Gerne Follow da lassen. Wie gesagt, alle Subs haben die Möglichkeit, einen Skin zu gewinnen. Bei Twitch ist es ja möglich, dass man Subs verschenken kann. Also auch da, weil es worden schon insgesamt, lass mich lügen, 12 Subs verschenkt. Also, auch vorbei gucken lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt gehen wir ganz schnell nochmal auf den Shop ein. Und ihr habt ja gesehen, wer mich unterstützen will, gerne meinen Creator Code eintragen. yt-familyhack. Auch da, danke für den ganzen Support. So, was haben wir heute alles im Shop drin? Ihr seht, ich mache den Shop nicht mehr so lange. Ich gehe nicht mehr auf alles einzeln ein. Das Schwitzerrückenaccessoire ist da. Tifa Depp ist da. Die kleinen Schritte, da wo man zusammen tanzen kann. Sollten wir heute die 50 Zuschauer knacken. Gestern hatten wir als Höchststand 44. Also, es könnte durchaus dann heute passieren. Verge ist dann der Skin, der rausgehauen wird. Und solltest du den Skin schon haben, ist es kein Problem. Ich notiere mir das und schreibe dich einfach am nächsten Tag an. Wichtig ist natürlich auch für alle Subs, dass wir definitiv miteinander befreundet sind. Also sollten wir nicht befreundet sein. Einfach nur Freundschaftsanfrage schicken an yt-familyhack. Aber ich denke mir, jeder ist sowieso auf der Freundesliste. So, Luminos ist halt wieder drin. Heim ist drin. Oder Ime, wie sie heißt. Die Astral-Axt, die natürlich bei vielen sehr beliebt ist. Aber 1200 V-Bucks? Naja. Dann haben wir das Psycho-Paket immer noch drin. Dann tut sie es leid. Kann ich aber nicht abspielen. Wegen Copyright-Problemen. Also, wenn ihr da irgendwas mit YouTube machen wollt, denkt dran, Musik. Das Problem habe ich auf Twitch nicht. Da kann ich in Anführungszeichen machen, was ich will. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der kleinen Info. Und dann würde ich sagen, vielleicht bis gleich im Streamen. Und vielleicht schaffen wir heute den Rekord. Und ich kann mal wieder einen Skinner an euch raushauen. Und in dem Sinne, bis gleich und haut rein.